Moin Leute, herzlich willkommen zu The Spy Who Shrunk Me. Dieses Spiel ist ein komplett verrückter Spion-Simulator, könnte man fast sagen. Und ich bin in einem Zug. Und hier vorne liegt eine Banane. Das ist meine erste Waffe? Eine Banane? Okay, ja, kein Problem. Man weiß ja, dass Bananen hier rutschig sind. Okay, ähm... Als erstes soll ich an dem ersten Wächter vorbei. Aber wo ist denn der? Oh Gott, da ist er! Okay, er ist hier vorne längs gelaufen. Dann schmeiße ich hier eine Banane hin. Und dann sollte er doch ausrutschen. Tut mir leid, Kollege. Das sah aber nicht so gut aus. Oh, der hat eine Waffe. Aber die kann ich nicht aufheben. Ich hab nur Bananen. Oh, Airbag-Mine. Okay. Pick up. Oh. Oh Gott, das sieht aber nicht gut aus, wenn er da auf die Schnauze fliegt. Quatsch mir doch nicht da rein! Da vorne läuft wieder jemand. Dann packe ich, äh... Oh Gott, da kommt er! Oh Gott, er hat mich fast gesehen. Oh Gott! Zack, Alter! Die Mine hatte ich fertig gemacht. Das Game hat schon mal geile Waffen. Zack, was hab ich jetzt? Ah, ein Teleporter. Ja, okay. Ähm... Da hin. Zack! Oh Gott! Oh, hinter mir ist jemand. Ja, ja. Es gibt fast Obstacles. Dr. Eierkopf? Eine Geheimwaffe. Oh! Ja, ja. Ich will nicht nach Moskau. Ey, geh ich mal hier rein. Hallo? Oh, ähm... Hallo? Okay. Dir ist scheinbar alles egal, ne? Okay. So. Oh Gott. Oh Gott, mach das wieder zu. Ich muss auch nicht hier rein. Hier. Okay. Ah, daher kommt der Name. Oh Gott! Seht ihr das da auf der linken Seite? Alter, der packt den da in den Häcksler. Ja, ja. Okay. Escape the cabin by shrinking yourself. Okay. Zack! Ah! Nice one! Aber ich hab von dem Ding nur noch fünf Schuss. Oh, oh. Oh, das ist natürlich unangenehm. Der sitzt gerade auf dem Scheißhaus. Hm. Ja, scheinbar eine längere Angelegenheit. Äh, wie... Wo muss ich jetzt hier... Längs? Was? Kann ich einfach raus? Ja, perfekt. So, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen klein. Äh. Leute! Okay. Hoffentlich klappt das. Okay, ich schwebe. Dann gehen wir hier mal rein. Guten Tag. Wir sind hier drin. Niemand. Kann ich hier unten auch längs? Nee. Sneak behind the bar counter. Ja, kein Problem. Ich bin ja super klein. Mich sieht doch niemand. So. I'm hier links. Oh Gott! Der verrückte Professor, der sieht mich. Warte mal. Vielleicht hier links? Ja, sehr gut. Perfekt. The shrink ray is ready. Yes. Yes. I stashed the prototype in my cabin. Ja, stashed the prototype. So. It's possible to stash all soldiers inside of them. Ah, okay. Technically, yes. Unless it's one of those doped up overmen. Ah, jetzt weiß ich, was deren Plan ist. Die wollen so Leute klein machen und dann in so Raketen reinpacken und dann andere Leute damit beschießen. Dann kannst du da, weißt du, 7000 Soldaten in so einer Rakete drinnen. Oh Gott. Ich hab mich grad wieder groß gemacht. Das war dumm. Hä? Ja, ja, heiß ich doch. Connex Offices. Okay. Hide in Cabin. Okay. Ich hab das Level geschafft. Okay. Ich muss jetzt scheinbar dahin gehen, wo diese Rakete entwickelt wird. Ja, kein Problem. Continue. Ich bin so ein guter Spion. Das ist unglaublich. Ah, hallo. Let's get started. Oh. Ja. Ah, das sind sowjetische Agenten. Nee, nee. Ja, ja, ich avoide die People. Kein Problem. Ich geh jetzt einfach zu so einem Typen. Hallo. Sick. So, warte. Jetzt möchtest ich den gerne aufheben. Jawohl. Und dann... Oh, oh. Ist da noch jemand gekommen? Hier, in den Mülleimer. Aber wo ist denn hier eine Toilette? Hier ist keine Toilette. Oh Gott. Ja, dann packe ich ihn hier in den Mülleimer. Okay. Sehr gut. Ich liebe diese Waffe. Zack. Der Nächste. Hallo. Es explodet. Aber warum das denn? Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Ich soll jetzt hier... Finde den Serverraum. Ja, das ist kein Problem. Dann gucke ich mir den Typen an. So, du kleiner Minimi. Komm mal her hier. Wo ist jetzt hier eine blöde Toilette? Ich würde den wirklich gerne mal in die Toilette packen. Hier war doch irgendwo noch ein anderer Mülleimer. Hier. Zack. Hochkocht. Ich habe aber nur noch drei Schuss. Ich sollte vielleicht ein bisschen damit haushalten. Ist hier noch jemand? Oh. Oh, ich habe daneben geschossen. Mist. Okay. Ich muss echt aufpassen. Bisschen mehr Aim. Okay. Der geht sowieso gerade weg. Zack. Komm. Aufheben. Nein. Der Serverraum ist verschlossen. Okay. Ich werfe dich mal kurz irgendwo gegen. Figure out how to unlock the server room. Okay. Ja, ja. Ich schließe den irgendwie auf. Ist kein Problem. Oh Gott. Hier an dem vorbei. Zack. Okay. Ich habe keine Schuss mehr. Das ist ein bisschen problematisch. Ich nehme dich einmal kurz mit. Oh, oh. Da hinten ist jemand. Schnell wegwerfen. Interact. Komm. Ach so. Alles gut. Da sind noch Schuss. Jawohl. Ich habe wieder drei Ammo. Interact. Ah. Hier. Das Ding ist gerade hochgefahren. Okay. Ah. Ich brauche eine Diskette. Oh Gott. Oh, ich wäre beinahe erwischt worden. Ich schmeiße den einmal weg. Hier schnappe ich mir jetzt die Floppy Disk. Sehr gut. Ich habe zwei Schuss. Das müsste eigentlich für alle sogar noch reichen. Zack. Hallo. Warte. Ich habe doch hier gerade eine Toilette gehört. Wo war die Toilette? Ach, Mann. Hui. Ich sollte mehr mit den Bananen auch arbeiten. Oh, hier sind noch mal Ammo. Dann hier einmal außenrum. Jawohl. Ich habe kein... Hack the Server. Ach so. Da oben. Die Dinger brauche ich. Okay. Einmal dieses Zeichen. Da. Dann die Null. Da unten. Da. Zack. Junge, ich bin so ein krasser Hacker. Ja, ja. Find die Access Card. Okay. Vorsichtig. Ich möchte gerne noch jemanden klein machen. Aber hier sind auch keine Toiletten. Habt die Access Card. Unlock the Access Vault. Hier wieder zurück. Entschuldigung. Kann ich hier rein? Nee. Einmal hier längs. Aha. Krass. Der Bunker. Ich bin drin. Perfekt. Jawohl. Direkt das Zweite geschafft. Ah, a great spy. Okay. Hätte ich jetzt niemanden weggemacht, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber wir sind jetzt drin. Im Labor. Zack. Kriege ich eine neue Waffe? Oh. Oh Gott. Ah. Ein sowjetisches Labor. Find Ayakob. Okay. Shrink him down. Ich gehe einfach hier mal längs. Oh. Okay. Hier hinter sieht er mich nicht. Banane. Scheiße. Ich habe daneben geschossen. Wie wechsle ich denn meine Waffen? Dann hier Airbag-Mine. Ach nein. Okay. Alles gut. Ich habe ihn ausgenockt. Wacht der wieder auf? Oh Gott. Wie siehst du denn aus? Oh Gott. Okay. Die wachen wieder auf. Hallo. Ähm. Ich tue ihnen nichts. Okay. Sehr gut. Die kann man scheinbar ignorieren. Ich muss ins Hauptlabor. Uh. Das war knapp. Einmal hier durch. Dankeschön. Hallo. Schöner Tag heute. Hey. Na? Ich bin der Neue. Gib mir mal bitte ein bisschen Munition. Oh Gott. Was seid ihr denn, Alter? Sehen aus wie kleine Zwerge. Oh. Das war Mr. Eierkopf. Ich habe ihn. Ich packe ihn in die Tasche. Sehr gut. Ja. Ich habe ihn. Ja. Oh nein. Ich will nicht weiter runter. Ich muss aber auch die Missiles sabotieren. So. Den habe ich erst mal klein gemacht. Sonst schmeißen wir dich weg. Ja. Komm. Hier ab in den Mülleimer mit dir. Aber es gab doch noch ganz viele andere Sachen. Ich hätte gerne mal eine Toilette. Ich muss irgendwie da rein. Ist das hier? Oh. Ist öffentlich. Sehr gut. Danke. Einmal in. Was habe ich gerade gemacht? Ich war das nicht. Wirklich. Schnell weg hier. Ja. Ich kann den auch nochmal abschießen. Jawohl. Hi. Na du kleiner süße Fratz. Oh. Hier ist ja nochmal Munition. Ich höre hier immer eine Toilette. Aber ich sehe keine. Hier längs. Ah. Okay. Einmal schön runter. Ach. Das war es schon. Ja. Da gehe ich doch mal direkt nach unten. Oh. Oh. Schick. Oh. Oh. War das gerade knapp. Hier sollte ich mich vielleicht selber mal wieder schrumpfen. So. Weil dann kann ich mich an dem vorbeischleichen. So. Kein Problem. Hä? Hä? Was ist denn jetzt so? Wieso ballert ihr denn auf mich? Load Last Checkpoint. Was war denn da los? Ah. Ich glaube ich weiß was ich machen muss. Okay. Der sieht mich auch. Selbst wenn ich so ganz klein bin. Naja. Es ist in der Ordnung. Ballert mich ruhig ab. Ich weiß nämlich jetzt was ich machen muss. So. Okay. Ich gehe hier links. So. Und hier links. Sehr gut. Dann einfach mal hier ganz sneaky peaky. Sieht mich jemand? Nein. Hoffentlich nicht. Hier rum. Oh Gott. Ich bin direkt hinter ihm. Ich bin direkt hinter ihm. Kein Problem. Irgendwas soll ich hier machen. Ah. Die Autobiografie. Ja. Aber ich bin hier ein krasser Spion. Dann einmal hier. Irgendwas soll ich hier machen. Ah. Die Autobiografie. Interact. Oh. Da tut mir ja nur leid. Oh Gott. Okay. Ich muss ja das machen. Ich habe nur noch. Oh Gott. Scheiße. Hör auf wegzulaufen. So. Ich muss. Tut mir leid Jungs. Ich muss doch euch wegwerfen. Wie Mülleimer. Hier komme ich gar nicht durch. Ich muss da unten links irgendwas machen. Ah. Teleporter. Den habe ich auch viel zu selten eingesetzt. Ach. Und das ist auch noch Feinde Locked Room. Ich werde hier. Der kommt hier gleich wieder raus. Dann kassiert er gleich die Mine. Dann kann ich ihm den Schlüssel glaube ich abnehmen. Oder ich finde hier nochmal irgendwo Munition. Aber das sieht nicht so aus. Ja warte. Jetzt gleich kassiert er. Ja. Perfekt. Da ist die. Ja. Okay. Hier hinten einmal längs. Ist das schon. Nein. Hier links. Oh Gott. Der hätte mich beinahe gefunden. Ich brauche jetzt unbedingt den Teleport. Oh Gott. Mist. Mist. Alter Schwede. Da oben sind zwei. Vielleicht schaffe ich es jetzt hier unten durch. Ey. Hier sind einfach viel zu viele. Zack. Nach oben teleportiert. Ja. Ich habe es aufgeschlossen. Sehr. Sehr nice. Send the package to Cuba. Ich soll ihn jetzt dreimal verschicken? Okay. Das war viel zu risky. Das war super dumm gerade. Oh Gott. Nein, 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 nein. Lauf, lauf. Sprinte, Sprinte, Sprinte. Okay. Ich habe mich hier hinter versteckt. Jetzt muss ich hier irgendwas machen. Ich weiß nicht was. Eier. Pick up. Place Eierkopf in the Mail Missile. Okay. Perfekt. Ich muss nur noch einmal flüchten. Einfach nach hier oben. Hinter ihm vorbei. An ihm vorbei. An ihm vorbei. Lauf, 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 lauf. Interact. Und raus. Jawohl. Okay, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von The Spy Who Shrunk Me. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier sind jetzt noch zwei Videos verlinkt. Die dürft ihr euch sehr, sehr gerne angucken. Anklicken. Einfach drauf. Ewig Bescheid. Und ja, falls ihr Bock habt auf mehr, lasst ein Like da. Oder irgendwie sowas, Leute. Lasst es mich wissen. In diesem Sinne habt euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.